Ich kann auch ohne das Ding surfen. Du brauchst es nicht, nein. Wenn du es laut sagst, wird es dich erleichtern. Ich dachte, in Klamotten würde es wenigstens so aussehen, als hätte ich zwei Arme. Ich dachte, dann könnte ich normal aussehen. Normal ist total überbewertet. Die Leute mögen aber nun mal lieber normale Menschen. Wer genau? Na, Jungs. Welcher Typ steht schon auf einarmige Mädchen? Wenn du den Richtigen triffst, dann wird er dich mit Haut und Haaren lieben, so wie du bist. Bethany, du bist wunderschön. Woher weißt du das? Sowas weiß ich einfach. Solche Sprüche helfen jetzt nicht. Ich weiß. Was machst du denn da? Als ich klein war, stand bei uns zu Hause so eine kleine Marmorfigur. Es war eine Nachbildung aus einem Museum, in dem meine Eltern mal waren. Ich habe ewig nicht mehr daran gedacht. Erst jetzt wieder. Die Venus von Milo. Auf der ganzen Welt wurde sie viele Jahrhunderte lang als das Sinnbild für Schönheit verehrt. Und sie hat noch einen Arm weniger als du. Ja, aber dafür kann ich surfen. Ja, nicht... Ja.